Halleschön YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wars Nighting, Kurski! Und heute spielen wir mal einfach wieder ein paar chillige, müllige Runden. Und wir haben keine Waffe. Ja, ich habe auch ein Thema mit am Start und zwar Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich in letzter Zeit wieder aktiver CWs gebracht habe. Und da wollte ich einfach mal fragen, ob ihr mehr CWs, also CWB-CWs wollt, auf dem Kanal. So, den haben wir auch. CWB-Clips und sowas steckt natürlich auch immer etwas Arbeit und halt... Uuh. Upsala. Jo, lauf Insolence-CNT rein, Alter. Oh mein Gott! Ja, denn hinter den Clips stecken ja auch manchmal einige Stunden Schnittarbeit. Und deswegen frage ich euch halt überhaupt, ob ihr die so sehen wollt. Oder ob ihr die lieber nur noch auf dem Clan-Kanal sehen wollt. Ähm, ich mache diese ganzen Clips natürlich liebend gern, vor allem, weil ich eigentlich tagtäglich CWs und Fun-CWs spiele. Aber, naja... In letzter Zeit kamen die, glaube ich, nicht so gut an wie sonst immer. Nicht so viele Likes wie sonst. Nicht, dass es jetzt likegeil klingen soll oder so, aber... Man merkt halt schon immer den Unterschied. Ähm, und ja. Also, könnt ihr mal ein Like und ein Kommentar da lassen, wenn ihr mehr FCW und CWBW-Clips wollt. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dafür wärt. Den haben wir auch. Ups. Da war auch noch ein TNT. Löl. Oh, da ist es noch. Genommen wir das noch schnell. Nein. Jawohl. So. Die Runde läuft ja mal wieder richtig gut. Drei Spieler noch. Ach, da ist er ja. Oh mein Gott, never. Okay, den hab ich. Puh, das war knapp. Okay. Dem haben wir auf jeden Fall noch einen File-Hit gedrückt. Ich hasse diese Deathmatch-Map. Alter, was will der? Geht doch. So, GG. Und ich würd mal sagen, wir gehen einfach noch mal in die nächste Runde. Haben hier wieder schöne 6 Kills gemacht. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zur zweiten Runde. Wieder auf der Map Super Mario. Und ja, wir versuchen natürlich wieder zu gewinnen, wie gerade auch. Das Thema hab ich ja jetzt schon angesprochen. Ich glaub, das brauch ich nicht nochmal wiederholen. Wär ja ein bisschen sinnlos. There's many seasons in our life It's been a long winter Spring's getting nearer Remind me of the good and all the bad I know, I know Remind me of everything that we had I know, I know Right now It's so clear Okay Den hol ich mir Bam, Junge So macht man dat Nein! Oh Gott, puh Okay Ähm Bis jetzt Sieht's ja ganz gut aus So, da haben wir nochmal zwei Und es lebt auch nur noch einer Wo auch immer der ist Wo auch immer der ist Ich finde er ihn So, da haben wir auch noch Den letzten geholt Und die Runde wieder mal gewonnen Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Ansonsten kann ich nur noch sagen Bis zum nächsten Mal Und tschö Mädel Tschö 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 Vielen Dank.